Polizeiberichte Berlin 7. Februar 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Raub kurz nach Geschäftsschluss Nummer 0182 Zwei Männer überfielen gestern Abend in Konrads Höhe die Filiale eines Supermarktes. Nach den bisherigen Ermittlungen und den Angaben des 24-jährigen Filialleiters betrat kurz nach Ladenschluss gegen 21 Uhr ein maskierter Mann einen Nebenraum des Geschäfts am Falkenplatz und bedrohte ihn und einen 18-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Dann soll der Angreifer Geld gefordert und dem Filialleiter mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen haben. Die Bedrohten übergaben das geforderte Geld, mit dem der Maskierte aus dem Supermarkt flüchtete. Passanten konnten beobachten, dass der Flüchtende in einen in der Nähe wartenden Pkw stieg, der vermutlich von einem Komplizen gefahren wurde. Der Fahrer des Wagens soll in Richtung Habichtstraße geflüchtet sein. Der 18-jährige Angestellte und zwei weitere im Geschäft anwesende Kolleginnen, 17 und 18 Jahre alt, blieben unverletzt. Ihr Chef wurde am Kopf und an einer Hand verletzt und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung Begeben Alarmierte Einsatzkräfte suchten die Umgebung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nach dem Geflüchteten und dem Fahrzeug ab. Die Suche verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und zu den Tatverdächtigen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1, Nord, übernommen. Bericht, beschlagen und beraubt, Täter mit Bildern gesucht Nummer 0183 Mit der Veröffentlichung von Fotos aus mehreren Überwachungskameras der BVG sucht die Polizei Berlin nach zwei Räubern, die zwei Jugendliche schlugen und einen von ihnen beraubten. Der beraubte 16-Jährige und dessen ebenfalls 16-jähriger Begleiter verließen am 12. November 2021 gegen 21.45 Uhr einen Weihnachtsmarkt vor einem Möbelhaus an der Landsberger Allee in Richtung einer Tramhaltestelle. Dabei wurden sie von einer größeren Gruppe ebenfalls Jugendlicher, verfolgt. An der Haltestelle der Straßenbahn der Linie M17, an der Kreuzung Rhenstraße-Landsberger Allee, umstellte die Gruppe die beiden 16-Jährigen und einer der Gruppe forderte einen von ihnen auf, seine Tasche und seine Mütze herzugeben. Bericht, beschlagen und beraubt, Täter mit Bildern gesucht Nummer 0183 Mit der Veröffentlichung von Fotos aus mehreren Überwachungskameras der BVG sucht die Polizei Berlin nach zwei Räubern, die zwei Jugendliche schlugen und einen von ihnen beraubten. Der beraubte 16-Jährige und dessen ebenfalls 16-jähriger Begleiter verließen am 12. November 2021 gegen 21.45 Uhr einen Weihnachtsmarkt vor einem Möbelhaus an der Landsberger Allee in Richtung einer Tramhaltestelle. Dabei wurden sie von einer größeren Gruppe ebenfalls Jugendlicher, verfolgt. An der Haltestelle der Straßenbahn der Linie M17, an der Kreuzung Rhenstraße-Landsberger Allee, umstellte die Gruppe die beiden 16-Jährigen und einer der Gruppe forderte einen von ihnen auf, seine Tasche und seine Mütze herzugeben.